Ich gehe jetzt um etwas Essen. hier noch irgendwas schönes hier auf macht mich schnell hier langsam die dinger hier ein ist das denn bleibt mal stehen ich glaube mehr das leider nichts zu machen wie auch irgendwie nicht schlagen oder so ja gut kommen wir gehen mal nach hause so voll jetzt genau so schauen auch die wolke wie in der serie ach wie geil ist das wie wir das fliegen ja werden einsammeln so ganz kurze stunden gehabt jetzt wieder jetzt genau jetzt sondern hier durchfliegen fliegen wir nach unten ach so hier ist das sinken wo wir nochmal sinken so sinken rt rolle dann sinken wir mal so steigen wir wieder jetzt durch ähm ja das müsst ihr auch jedes mal aktivieren glaube ich hier alter die sind ja egal ne die dinger irgendwie schneller wird der nicht oder was da los hier steigen wir mal ab da ähm ja mit den fliegen hier müssen wir so ein bisschen dran gewöhnen so fett fett also so ein bisschen komisch ist das halt aber ich denke mal das sind so ähm alle spiele so so einmal kurz gucken über den baum geht das sammeln ja geht alles sehr gut so das alles jetzt kommen wir älger jetzt kommt es jetzt kommt ich werde älger ach sie ist älger ja sorry ab schau schau sie w 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 ich habe irgendwas kaputt machen dafür ein gericht kochen ein komplettes menü kochen natürlich wenn schon und wir haben aber nichts also müssen wir ein gericht kochen da haben wir mehr zur ausfahrt zu uns fehlt dann immer irgendwas was haben wir denn alles das hier gekochter fisch kann jetzt gegessen werden besuche das haus daran sieht man die von ihr und unser sohn meine fresse so hier ist auch irgendwas cooles bild von der serie hat das ist ein ok erhalten und unsere seite wurde aktualisiert schauen wir mal gegenstände öffnen das was wir gerade gefunden haben musik bezeichnungen alter hier gibt es unmenge was wir noch so gesehen durchforschen müssen lb zurück noch ein richtiges buch halt ne krass der scheiße so dann hier gehen wir mal auf welt ok da haben wir noch nichts da haben wir noch nichts welttiefzeichen ist ein 3 von 100 zellen wo sind denn die 3 komisch ähm gegenstände begriffe wie die musik so sieht das nämlich aus dp-basis keine und 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 kann mir ach so hier kann man sogar aussehen wird 11 geil hier was neues körper schlag haben wir metro schlag schlägt den gegner zum boden hoher ab schaden haben wir den auch drin wissen ich kann ein baum schämpft von uns eine manuelle gezitterte zinsucht ist mit das können wir aber leider noch nicht anwenden später was ja noch schön ist was ist gemacht zu ihm So, neuer Auftrag! Sprech mit Chi-Chi! 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 Schaut her, sie werden freigeschaltet! Erfolg fressen! Er ist mit mir! Naja, der bleibt da! Was machst du denn? Ich könnte ihn jetzt nehmen! Achso, die ist noch hier. Was können wir da machen? Nicht? Nein. Ich lasse das mal so, irgendwie. Ich lasse das mal so, irgendwie. Aber das ist nicht alles, was du von ihm hast. Du bist auch nach ihm. Really? Oh, mein Gott, Gohan sieht so schön aus. Es wird so, wie er sich auf dich schaut, wenn du diesen Hattest hast. Also, mach es richtig gut, okay, Gohan? Ja, ich will. Danke, Mom. Danke, Dad. Okay, wir sind wirklich, das Mal. Goku, nicht alles passieren zu unserem kleinen Gohan. Und Gohan, sieh auf deinem besten Behaviour. Ich will, Mom. Bye. Ich will, dass ihr beide nach Hause bei Supper ist, hast du das? Ja, ja, zum Abendessen sind wir bestimmt nicht da. Können wir aber lange drauf warten. So, die Story zusammenfasst und Son Goku, der steckste Kämpfer der Welt, führt nun ein Glücksleben an der Seite seiner neuen Familie. Mit einem Kind gesegnet ist. Momentan ist Son Goku gerade auf dem Weg zum Kamehamehaus, wo er seinen Sohn Son Gohan seinen Lehrer Muoshi vorstellen möchte. Oh, alles richtig am Machen hier. Tut, 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 tut. Es ist gesagt, da sind sie sie mystischen Orbsen, die möglichen Willen, wenn sie zusammenfasst werden. Mit ihnen, alles, was das Herz wünscht, kann man beobachten, ob es nicht faszinierbar ist, ob es absoluter Kraft. Diese mysteriöse Willen-Granten Orbsen sind wie die Dragon Balls. Und es ist rund um diese Dragon Balls, dass diese unglaubliche Geschichte entfällt, mit neuen Herausforderungen und Erwartungen, die Goku und seine Freunde auf jeden Fall erwartet werden. Oh, sie ist irgendwie wieder geil. Oh, richtig geil. Oh, es ist echt ein Schade, dass er ein Massive-Turbel. Ja, er war mein Rival bei der Zeit, aber jetzt ist er mein Best Freund. Ist Krillin strong, wie du? Ja? Ja, wirklich, aus all die Leute, die ich weiß, er ist definitiv da oben. Es ist auch eine Frau, die ich weiß, die Bulma. Sie, sie war für die Dragon Balls, als sie mich kamen. Und wir haben uns zusammengefahren. Wenn wir das gemacht haben, würde ich wahrscheinlich nicht treffen, Master Roshi und die anderen. Und er hat so, wow, was tut ich, dass mein Dach geht jetzt. Oh, wie hoch ich bin. Bitte. Ist das von Geräusch, was da hinten? Geil. Ich würde am liebsten so... Nein, nicht so... Überall hin halt. Also, es geht mal hier runter, kann man auch so ein bisschen... Aber hier Abstand kann man nicht, noch nicht. Schade. So, unsere Cutter, ich nehme wieder die Kulchen hier auf. Endlich mal einen Dragon Ball. Nun, woher halt nicht nur gekämpft, die ganze Zeit. Sondern man so offene Welt. Mal hier und nach da, hier und nach da reisen. Kämpfen. So, die können wir hier schon mal landen. Bulma! Das sind die gar nicht, bitte. Oh, jetzt kann ich mit Jini quatschen, oder was? Erstmal mit... Goku. Well, nicht so viel wie ich will. Chichi wird ziemlich angreifend wenn ich zu viel trainieren. Du weißt, was ich sagen? Genau. Ja, ich habe nicht trainiert mich selbst. Mit Piccolo zu beachten, die Dinge haben sich ziemlich quiet. Hey, ihr zwei. Was sind Sie? Uh, uh, nichts wirklich. Hmm. Ich könnte es sagen, dass Sie zwei zwei sprechen, wie Sie beide sind... Ich glaube, es gibt keine Fülle von dir, oder? Master Oshin? Es scheint, dass ihr beide vergessen habt, dass die Training eine Aktivität täglich ist. Nicht etwas, was ihr nur auf spezielle occasionen macht. Ihr solltet ihr bewegen, lernen, spielen, essen und restieren jeden Tag. Ich kann nicht mit euch darüber sprechen. Jetzt, um sicher, dass ihr beide nie vergessen, dass ihr tägliches Training, ich habe ein wenig Herausforderung für... So, Schildkröten-Schule-Trennungsbuch. Komm zurück zu mir, als ihr zerstört... Ja, Herr Roshin! Ja, Herr Roshin! Jetzt, Zeit, um zurück zu meinem normalen Spaß. Wir müssen uns in der Hälfte betreten, wenn du mehr Geld abräumen willst. Ah, okay. Sag mal, ja. Wie das aussieht, bei ihm. Musst du mehr nicht verkaufen, Preis für Gegenstände. Okay. Neben-Story ist das! Geh fit zu einem blauen Sonne! Okay, das ist immer gut! Die Neemission bringen immer ja Erfahrungspunkte. Ja. Ähm... Hey! Grüezi! Hey! Grüezi! Ach ja... Ähm, muss ich helfen, sein Buch zu finden? Natürlich! Roshis! Ein und alles! Ja, Buch voller... Also was für ein Buch ist es? Ein Baderanzug, ja, ja, Baderanzug, Fotosammlung. Wir suchen also draußen, alles klar. Und durch ein und alles, sprich als zum Gucken mit Leuten und versuchen, mehr über die Fotoalbum zu bekommen. Ich kann das doch direkt mal suchen, oder nicht? Wie ist das denn schon, oder? Das ist das von der Serie, wo wir klein waren. Schmutziges Buch, habe ich dazu, ehrlich gesagt. Ach, jetzt checke ich. Moment, los. Achso, mit den Trainings, das überspringe ich mal kurz. Ich will nämlich die Nimmel ein bisschen machen. So, Trainingsplatz wurde freigeschaltet, daher möchte ich nicht. Ich möchte, ähm, nochmal, warte mal. Sprich als Song Gucken mit der Schildkröte, wie tausche ich das denn? Gruppe. Nicht verfügbar. Ähm, Charaktere. Wir. Ähm, ja, da bin ich jetzt ganz gut. Wie kann ich denn wechseln? Ach, hier. Nee, handeln. Seelenabzeichen. Oh, da kommen noch einige auf uns zu, Kass. Wie kann ich denn wechseln? Das weiß ich nämlich nicht. Ich rede mal nochmal mit der Schildkröte hier. Es ist ein Schildkröte, Song Gucken. Da sollst du mittlerweile wissen. Ich kann nicht sagen, wo das Buch ist. Unter der Erde. Okay. Die Erde momentan hat sie. Vergraben. Ähm, 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 ähm. Vergraben. Irgendwo vergraben. Dann haben wir es doch. Du hast das Buch. Hier ist das Buch, Digga. Also, brauche ich mich doch nicht wechseln mit, äh, Song Gucken, wie ich dachte. Ja, ja, Studio abgeschlossen. Die Neemission, Viggen, Erfahrung, und, äh, die Medaille, Buch, Verwachsene, und, und, und. Was? Ja, Freund, dann würdest du uns auf jeden Fall gleich...